Gaswerke stellen Leucht- oder Stadtgas her, und zwar durch Verkokung von Kohle, von Steinkohle zu Mais. Das geht aber auch auf anderen Wegen. Das heißt, unter Luftabschluss wird die Kohle erhitzt, sehr heiß und schmutzig die Arbeit, und im Ergebnis entstehen dann Endprodukte wie Gas, Koks, Teer und noch ein Haufen andere Abprodukte, die die Gaswerke erfolgreich verkaufen konnten.